Das erste Mal RumbleMinds hier im KW, das erste Mal überhaupt RumbleMinds, heute am Todestag von Buddy Holly, Richie Valens und Big Bopper. Die sind genau vor 53 Jahren leider mit dem Flugzeug abgestürzt und somit tödlich verunglückt. Das wollen wir uns heute nicht als Motto nehmen. Ich bin Jessica oder auch La Baronesa Casasanta. Ich werde versuchen, euch möglichst gediegen durchs Programm zu führen heute Abend, welches wie folgt laut. Es fangen jetzt gleich an Hank Cash, danach spielen Johnny Flash and the Redneck Zombies, danach kommen noch die Boogie Twisters. Zwischendurch gibt es vom Rock'n'Rolle hier aus Mainz eine Modenschau jeweils mit vier schniegenden Mädels und zwei taffen Typen. Dann gibt es noch Musik von DJ Swingin' M und Rocky Danny und unsere Friseure Pinky Paradise und der Jerome, Barber J genannt, schneiden und frisieren vorne in dem kleinen Vorraum. Also wer noch eine Frise braucht oder den letzten Touch, der kann sich da gerne hinbegeben. Außerdem habt ihr bestimmt schon gesehen, die Sibylle und die Annette laufen hier rum.